So, was macht die Spannung am Kondensator? Auf, es ist 3000 Volt. Jetzt nehmen wir die viereinhalb Kilo Platte, beschleunigen die mal und aus einem aus dem Mülleimer gefundenen Regenschirm haben wir einen Bremsfallschirm hergestellt, der die empfindliche viereinhalb Kilo Aluplatte sicher zu Boden leitet, ohne dass sie Schaden nimmt, genau. Bereits? Ja. 3, 2, 1. 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 20, 14, 15, 15, 16, 17, 21, 23, 29, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 29, 25, 25, 26, 27, 24, 25, 29, 25, 27, 28, 25,